Die Martinis beim Abendessen kochen. Wenn der Seekessel singt. Tschüss zum Zumalung. Tschüss zum Zumalung. Ja, wer sich wundert, ist der Autopilot. Ich glaube, der hat schon zwei Bier. Ja, wer sich wundert. Es gibt Eintopf mit Kartoffeln, Ingwer, Erbsen, Zwiebeln, alles was Kraft macht. Okay, möchtest du probieren da eine, Zwiebeln? Das ist aber eine Herausforderung, oder? Ja, so funktioniert halt Kochen am Bord. So schaut unser Bordleben aus. Also Spaß ist garantiert und fürs gute Essen sorgen wir auch noch. Ciao! Bis zum nächsten Mal.